Ihr lieben Hater und Haterinnen, ihr habt euch jetzt vielleicht gedacht, dass ich keine Let's Plays mehr hochladen werde, weil ich auch lange nix mehr hochgeladen habe. Das sag ich aber. Geschossen! Morgen, liebe Schafe. Ja, guten Morgen, ihr scheißgleich. Na, wo war unser Gehege? Dahinter, ne? Ja, ja, dann war jetzt. So, dann geh ich mir dann auch nochmal in das Gehege rein und so. Ja, ja, mach ruhig. Ja, jetzt, Mann. So. Ja, so. Und wir nehmen mal eine Abkürzung. Klack, klack, klack. Mit den scheiß Abkürzungen. So, schön die Wolle hergeben. Ja, Wolle. So, das auch noch. Und ich kann ja hier mal... Das ist aber passiert, der hier mal was Spannendes. Hallo? Hä, wieso geht das nicht? Ja, hallo. Hä? 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 Äh, äh, ja, ne? Scheiß drauf gut. Boah, ey, hast du mir keine Geduld, hä? So. Äh, meine Fresse. Oh, Mann, wie viel Wolle. Mäh, halt die Schnauze. Na ja. Boah, ist das langweilig. Warum guckt ihr euch das eigentlich doch an hier? Was labert ihr da für ein Müll zusammen? Meine Fresse. Na ja, und der Ofen hat fertig. Na ja, na ja. Meine Fresse, na ja. Äh, schmolzen. Der Ofen hat geschmolzen. Wolle, ganz weggeworben. Das andere auch noch weggeworben. Äh, auch noch weggeworben. So, machen wir hier nochmal schön. Halt doch die Fresse. Und jetzt schmeißen wir hier mal den Sand rein. Sand reinschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und das jetzt hier rein. So. Letzte war das auch wieder eine Weile. So. Junge. Ich hab leider nichts rausholen. Tut mir leid, hast du ein schlechtes Eile gelegt. Boah, Junge. Kann doch das tun und nicht so viel. Was? Aha. Äh, ja. Und so lange der Sand jetzt hier vor sich hinwackt. Also schmilzt. Och, der scherzt ja auch nur Schafe. Scheren wir hier auch nochmal ein bisschen Schafe. Hab ich nicht gesagt, mein. Ich hab wieder was gewachsen. Jo. Reingehen. Und wieder rausgehen. Scheren. Ach man, Junge. Und wieder rausgehen. Och, ja, ne, hab ich nicht gesagt. So. Oh, man. Was machen wir jetzt? Mh. Oh, die Kühe nachmachen. Vielleicht. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz was. Ja, was denn, hä? Och, jetzt guck der wieder, ob die Aufnahme läuft. Was kippt du? Äh. Ja. Was ist? Ja, ich mach bald mal wieder einen Aufnahmestock. Ach nee. Na, endlich. 10 Minuten, sagen wir mal, und dann soll ich hier vielleicht mal wieder mal eine Aufnahme stoppen, weil ich nehme jetzt schon ungefähr eine Stunde auf. Ist das so? Also, um genau zu sein, 51 Minuten. Boah, alles mit deiner Scheiß, genau. Und dann mache ich das jetzt halt noch so bis eine Stunde, weil dann kann ich nämlich dann schön 15 Minuten folgen, zusammen schneiden, und dann läuft das schon alles. Ja, ja, es läuft alles. Also, ich habe immer noch eine Werkbank, Raffling Table, meine ich. Ja, he, he, he. So, dann machen wir jetzt folgendes. Oh, das ist so, dass ich nämlich Klaas' Payne. Klaas' Payne. Oh, ja, kannst du mal gut. Damit werden wir folgendes tun. Ja, folgendes. 1, eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. das sieht aber schön aus 3 3 2 3 Boah, sieht das geil aus Oh, ist das Naja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, bei Optifine da verbindet sich auch das Klaas Das weiß doch mittlerweile doch schon jedes Schwein Kein Trendings zwischen den Scheiben Oh So wie das beim Original Also ohne Animation ist Ohne Optifine Sonder da verbindet sich das einfach Was dann auch viel cooler aussieht Alter Nochmal wissen wir Das gibt's Glasses Pains Oh, Glasses Pains Scheiße auf die Glass Pains Ballon So, 16 Stück von dem Zeug Und weiter geht's So, ne So Ja, so Lalalala Halt dein Maul Das ist dann natürlich ein bisschen Kaka So Wie ich gesagt habe Ja Ja, ne Oh man Da drückt der Guckste Geile Pude werden Ui So Alter So Junge Was für ne Scheiße Lack 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 Jetzt wieder 16 Mal von diesem Klaus Ist das langweilig Mach doch mal was anderes Meine Fresse Geh mal in die Höhle Ja, also bis jetzt, finde ich, dass das eigentlich richtig geil aussieht Oh, ja, ne Muss ich einfach mal so bemerken Ja, ne Superfusikalisches Deutsch Ja Wir bauen das ja auch noch schön hin Boah, die Schnauze jetzt mal bitte, nervt langsam Dann können wir ja auch wieder gucken Ja, gucken, was denn gucken? Ähm Bei dem Ofen natürlich Und jetzt reicht uns, jetzt müssen wir mal wieder warten, bis wir wieder Oh, ne Auch die machen wir mal so und die hier sind ne Zeit Klaas, ja Klaas Och, ne Wenn ihr schon die Scheren der Handel, da weiß ich schon die Handel, was sie da machen wird Scheren wir hier noch ein bisschen scharfe Oh, ne Bitte Verschon mich Ach, das gibt's doch nett Wer guckt sich denn so in Scheißdrehen Mein Gott So, da auch noch So, so Oh, so Bleibt ja drin Ne, precht aus Ja, da brauchst du ja nicht mehr Spannung drin Brauchst du gar nicht so rumzupflögen, dumme Klaas Meinst du jetzt mich oder was, ne Die Hühner auch nicht Die dumme, die dummen Hühner Und vor allem nett die Schafe Die haben das überhaupt nicht So, mal ganz kurz hier das Klaas eingeschlagen Boah Einbruch Mit Bankräuber Ja Logisch Höchstwahrscheinlich Äh, so Jetzt wollen wir uns hier noch ein bisschen mehr Klaas Paints Oh So Da kriegt man noch Rappel Und dann bauen wir dann gleich weiter Und ich denke mal Ne, bitte Dass ich dann Ja, ich mach jetzt langsam den Aufnahmestopp Oh, endlich Äh, ich mach jetzt hier noch eins, zwei, drei Eins So Boah, rub den Krasblock weg, das regt mich auf Und das muss jetzt hier alles mal weg, ein bisschen mehr Das ist zu viel gerümbel, das muss jetzt hier alles jetzt mal weg Und ich muss auch weg, weggespült werden muss ich So, komm Ja, fast werde ich wieder reingeflogen hier, ehrlich Oh, das ist ja wirklich grausam Sie jetzt vielleicht müssen Ähm Unecht aus Äh, ist dir da schon mal auch gefallen, dass das richtig scheiß ausriegt Aber manchmal gibt es auch solche generierten Welt äh, ja Säuche generieren Die scheiß wäre da so generiert, wird es mich verarschen Da ist das einfach so generiert Genauso Gott Mein Gott, du weißt ja überhaupt nichts von Minecraft, oder? Da wär es ja auch noch Ins Oh Warte Genau das meine ich damit, mit dem Verbauen hast du aber toll hast du jetzt weg so das arme Klaas Klaas Bands mehr kannst du mir was anderes machen soo aus mich zu nerven wir wissen was nein er macht weiter mit der Scheiß das gibt's doch nicht und dann ja wie viel Klaas Scheiben werden wir garantiert auch noch welche benötigen ist das so aber das sieht doch jetzt schon mal ganz schön gut aus dann mache ich dann hier dann mit einer einfachen Wolle Wand mache ich dann hier dann weiter ja wie kacke sieht das denn bitteschön aus Fail und ja so das sieht jetzt ja hier noch ein bisschen Kaka aus ne das ist mir überhaupt nicht aufgefallen nein überhaupt nicht machen wir aber sofort wieder ordentlich indem wir das einfach so machen und das sieht einfach viel viel ordentlicher aus Ui 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 aber das hier auch noch alles zu so ne so nett ach guck mal hier ist uns wieder mal ein Ei aus der Hose gefallen dass wir gar nicht mehr einsam sein ha 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 toller Sketch oh schnauze oh ich höre gerade eine Spinne und dann denke ich das wäre jetzt hier die Spinne und ähm oh Gott wie kindisch wir enden dann hier einfach mal die Aufnahme naja bei dem Sonnenuntergang nein das ist ja auch was schönes so naja also stimmt ich danke euch fürs Zuschauen und ja ich dir auch macht's gut bis zur nächsten Folge tschau ja meine Fresse hä ich entschuldige mich aufrichtig für diese kurze Folge die diesmal nur ungefähr 10 Minuten gedauert hat ich hoffe dass diese Folge nicht allzu kurz für euch war schöne Grüße Trammergott da muss man sie doch mal im Kopf wasen bis auf ich war diese heute nach